Halli Hallöchen, Willkommen zu einem weiteren Letzttest, denn diesmal wieder mit einem PETA-Spiel. Diesmal das ganze nur mit Mario. Ja, PETA hat nochmal Mario gemacht, also davor. Eigentlich haben sie erstmal ein Programm gemacht. Ich mach mal meine Box ein bisschen leichter, damit das bei mir noch leiser ist. Also nicht so laut. Und wie ihr seht, ist das hier der Chanuki Mario. Und was machst du damit über Sperren? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, deswegen werden wir jetzt aber sofort anfangen mit Play Game. Und wir werden jetzt hier draufklicken und dann fängt es an mit Save Your Skin, Press Spacebar to Jump. Ja, das ist eigentlich reines Realismus, Geschichtlichkeit. Ich kann nämlich auch nicht stoppen oder so. Der Chanuki wird die ganze Zeit jetzt rennen. Und ja, ich sollte jetzt, ich weiß nicht, ich hab's noch nicht geschafft, irgendwie das Spiel ein Level. Oder so zu beenden. Deswegen, ähm, ich mach mal gucken, ob ich das diesmal bekomme. Und ja. Und es ist eigentlich gar nicht so wie das Original, deswegen nicht wundern. Nicht, überhaupt nicht wundern. Ähm, ja. Und dann verlieren wir, don't give up. Ja, ich weiß nicht, wie ich dadurch das Spiel schon wieder aushalten werde. Ich glaube, ich werde noch 5 Minuten machen, weil eigentlich ist das Spiel ja nicht so besonders. So was kurzes dann. Und jetzt bin ich schon wieder gestorben. Düm, bam, 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 so. Ähm. Ihr könnt es gerne selber ausprobieren. Ich werde den Link mal wieder in die Beschreibung packen. Und ja. Könnt ihr mir gerne sagen, wie weit euer Geldscore war. Ja, euer Coinstore. Und ähm, deswegen. Ja, aber ich will euch das halt nur kurz mal gezeigt haben. Ich weiß, man kann es bestimmt noch woanders gucken. Und es gibt auch bestimmt ganz viele, die besser sind als ich. Aber ich will es euch mal gezeigt haben. Und dafür ist das Letztest ja da. Oder ja, ich nenne die Reihe zu Letztest. Aber ich werde die ganzen Letztretro-Parts umbenennen in Letztest. Und deswegen hoffe ich mal, dass es nicht so wild ist. Hops, hops. Bam, 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 bam. Aber die Musik ist mal wieder lustig. Und ich sollte diesen Weg hier nie wieder nehmen. Ich mag den Unterweg, der scheint mir viel sicherer. So, hops, hops. Boink. Hm. Ich würde mal sagen, das hier ist das langweilste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Aber ich bin schon wieder umlang gegangen. Naja. Äh, boah. Das ist jetzt echt nicht wirklich großartig. Ich würde gerne wissen, ob das Spiel auch irgendwann, äh, zu Ende geht. Also, ob es sowas wie eine Fadenstange aus dem Original Mario es gibt. Aber ich weiß es nicht so genau. Ich überlege gerade, aber ich glaube nicht, dass es sowas gibt wie ein Ende. Obwohl ich noch miss, ja auch. Hm. Okay, wir schaffen das gerade ganz gut. Und ich hätte mal nichts gesagt, der wäre vielleicht auch nicht gestorben. Hm. Hm. So. Hopsala, hopsala, hopsala. Hops. Ja, das Spiel wurde halt gemacht, wegen Tanuki. Wegen, äh, weil sie dachten, Mario freist den Geschöpfen, das Fell quasi von der, ähm, von dem, halt, von dem, von der Haut. so jetzt habe ich das noch gefunden und ja deswegen ist dieses spiel entstanden denke ich mal sonst kann ich mir nichts anderes erklären aber irgendwie hat haben sie in die tänder so ein bisschen auf dem kicker habe ich das gefühl oder sie wollen einfach nur aufmerksamkeit haben das kann natürlich auch sein von den bekanntesten marken wie jetzt zum beispiel das hier von mario oder von pokémon was ich ja auch schon im gamestest hatte als ersten part als erst möglichen games des fahrt das ist ja super weil ich gerade auch nicht mal auf dem ding war so und das war echt die beste runde aller zeiten so hops 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 sind die münzer die auch schmiert ok die fünf minuten sind umarbeitet diesen run machen wir noch als final round und ja so so hops 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 was man kann dieses spiel doch nicht mehr gut kommentieren also echt erschreckend und man kann so ziemlich jedes spiel relativ kommentieren ja und das war's denn ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten let's test oder let's play oder etwas anderes freut mich dass ihr eingeschaut habt und wir sehen uns im nächsten part wieder vor und let's play irgendwas ciao ciao